Genuss- und Wellnesshotel Almesberger präsentiert das erste Food & Lifestyle Festival. Erlebe am Samstag, dem 3. und am Sonntag, dem 4. September das Festival der Sinne. Moderiert von Jumbo Schreiner und Andi Hohenwarter. Mit dabei Thomas Jaumann, Rudi Grabner, Rico Partei, Bernie Rieder, Martin Naumann und den Weingütern Leo Hillinger, Gaga, Dona Baum, Punks Feinest und feinsten österreichischen Whisky von Peter Affenzeller. Alle Infos und Tickets auf www.food-lifestyle.at Enjoy your life! Enjoy your life!